Servus Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen kurzen Informationsvideo von eurem Lightning Ich werde nämlich heute einen Livestream veranstalten mit ein paar Freunden von mir und wir werden dann halt im Abend gemeinsam zocken alles mögliche was es gibt das wird wahrscheinlich auf Twitch sein und ja ihr könnt es wahrscheinlich schon an meiner Stimme hören also es ist noch nicht hundertprozentig fix aber ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen krank und habe aber geplant dass wir heute den Livestream machen aber sollte eigentlich schon klappen und dabei werden auch natürlich der US Army sein Booty, paar Leute vom GCN, ein paar neue Leute hoffentlich und wahrscheinlich auch ihr also ihr könnt wahrscheinlich auch mitmachen wenn wir euch dazu auffordern ich hoffe ihr schaut vorbei Leute und ja viel Spaß noch und bis später Peace